Na, halli, hallo, meine leckeren kleinen Schnitzel. Ja, okay, ich kann auch nur mal sagen. Hallöchen, willkommen zurück zu The Movies. Wo wir aktuell drei Filme drehen. Wir haben genug Schauspieler da und so weiter. Davon gehen allerdings einige bald in Rente. Zum Beispiel unser Lord Peter, worüber ich sehr, sehr traurig bin. Aber ich werde mir auch keinen neuen Lord Peter holen. Wir könnten den ja nochmal importieren. Werde ich nicht machen. Wir wollen den einfach so in Erinnerung behalten, wie er war. Als einfach der Mann, der dieses Studio zu der Größe gebracht hat, die es heute ist. Sowas kann einfach nur Lord Peter. Keiner sonst. Lord Peter ist einfach göttlich. Arroganzmodus eingeschaltet. Mad Dog geht mir am Arsch vorbei. Wie lange brauchen denn unsere Filme eigentlich noch? Na gut, hier der eine, der ist bald fertig. Die anderen beiden sind ein bisschen in Konflikt. Kann das? Weil die Leute so ein bisschen rum sparbibeln. Er will da unten in Rente gehen. Das kann nicht sein. Denn sein letzter Film ist doch nochmal ein ordentlicher Erfolg, wer Mensch. Was ist denn das? Klappergericht. Hier wird aber auch gerade nichts gemacht, dass man irgendwo drehen könnte. Wo wirst du denn gebraucht? Ja, fast. Bist du? Ich will dich doch nur zu deinem scheiß Set bringen, du Arsch! Äh, wie wär's, wenn du einfach mal wieder herkommst? Hab ihn wegkatapultiert, hab ich gut gemacht. Worüber ich den Film hingedroschen hab. Der Kosakenriss. Äh. Aha! Action! Jo, wir haben aber leider gerade keine Schauspieler zur Verfügung, um sich um sowas derart Nutzloses zu kümmern. Von daher tut es mir megamäßig sorry. So, wie sieht's denn aus? Der eine Film ist fast fertig, die anderen, die brauchen noch eine Weile. Mein Geld geht schon wieder so weit runter, das mag ich echt nicht. Aber ich kann's wirklich nicht ändern. So, geforscht haben wir auch wieder schön. So, das nächste Paket bitte. Was schaltet's denn als nächstes frei? Gebt mir mal das neue Paket dran, aber zack. Darf ich um Ihre Aufmerksamkeit bitten? Ein neues Paket ist im Labor zur Forschung verfügbar. Eine Vielzahl an Kostümen. Und dafür müssen wir jetzt forschen. Na, schönen Dank. Da-da-dam. 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 Da-dam-dam-dam-dam-dam. Da-da-dam. 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 Da-da-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam. Ach, guck mal, was hier gelandet ist. Hab's gefunden. Na ja. Hau mal raus, die PR. Wir werden wirklich schauen, dass wir immer ein paar normale Filme mit dazwischen streuen. Weil ganz so viele Stuntmen hab ich einfach nicht und alle Stars beschweren sich hier. Das ist denen allen zu viel Stress, aber was soll ich machen? Ich muss hier daherkommen mit der Kohle. Und der geht nämlich bald in Rente. Der Lord Peter soll seinen letzten Film ruhig noch fertig machen. Ist der hier oben? Hat Lust auf eine Unterhaltung. Sag mal, wisst ihr mich eigentlich... Da fehlen Statisten, hä? Allgemein fehlen hier Statisten. Das ist nicht gut. Oh. Was soll ich denn machen, wenn Statisten fehlen? Ich meine, es ist schön zu wissen, dass hier Statisten fehlen, aber was soll ich denn bitte machen? Ich hab hier noch Statisten zur Verfügung, aber wahrscheinlich brauch ich einfach noch mehr. Ich hab aber auch keine Leute mehr, die ich als Statist einstellen kann aktuell. Was mich sehr, sehr, sehr traurig macht. Aber wisst ihr was? Die sind so schnell... Ich brauch hier einfach einen Statisten. Es tut mir leid. Du musst leider sehen, wie du kommst. Hier fehlen aber immer noch Statisten. Was soll ich denn tun, verflucht? Ich hab zwei Statisten hier zur Verfügung. Zwei verdammte Statisten. Wie kann ich denn Statisten hinzufügen? Die nächste Produktion war ein Erfolg. Können wir jetzt weitermachen? Danke. An alle Autofahrer, hier ist Mad Dog. Haltet euch von Downtown fern. Da wird gerade eine Bank überfallen. Es gibt also jede Menge Straßensperren und natürlich... Puzzilei. Ja, jetzt haben wir wenigstens genug Statisten erstmal. Alles gut. Äh, ist ein Film fertig geworden? Habe ich das gerade richtig gehört? Nice. Okay, wollen wir doch mal sehen. Hier ist auch wieder ein Stunt mit dabei. Sieht allerdings nicht besonders gut aus, der Film. Also machen wir mal nicht so ein hohes Budget hier. Werden wir doch glatt mal sehen, wie das Ganze hier noch läuft. Das hört sich doch schon besser an. Naja gut. Wollen wir doch mal reinschauen, was das für ein Film ist. Mit einem Stunt diesmal. Denkt dran. Schön drum achten. Äh, spannender Ton. Ja, ja, meine Liebe. Rauchen kann tödlich sein. Hast du selber gebergt? Gekloppe ist immer gut. Ich verstehe den Sinn des 50s. ganz. Aber es ist spannend. Ja! Oh, guckt mal, wie niedrig die Produktionskosten bei dem Film waren. Ist ja nice. Da machen wir doch bestimmt ein bisschen Plus. Äh, was wollte ich jetzt machen? Ah ja, gucke mal. Wir haben doch jetzt wieder Leute zur Verfügung hier. Da lässt sich doch was mit anfangen. Was haben wir denn hier? Ich brauche Stunt-Cloppies. Geht jetzt nämlich schon los. Ich habe nicht genug Stunt drin für sowas. Da muss ich jetzt leider erst mal warten. Ich bin schon wieder ein Star. Ich brauche gerade keinen. Ich will jetzt noch 42 Stauern für. Oh, puh. Ich war eben unter der 3 Millionen. Kennst du was sollen, das? Sieht's denn aus, sind die Stuntmen jetzt mal verfügbar hier irgendwie? Aktion! Wow! Ich bitte um Ihre Aufmerksamkeit. Ein Stunt ist misslungen und die Darsteller sind verletzt. Im Kasten! Ein Stunt ist misslungen und die Darsteller sind verletzt. Na, fantastisch. Richtige Durchsage. In Kürze wird ein Stunt am Set gefilmt. Naja. Richtige Durchsage. Ein Stunt-Double wird im Casting-Beru benötigt. Nicht nur eins, zwei meine Liebe, aber wie du vielleicht mitbekommen hast, sind gerade nicht besonders viele zur Verfügung. Was mir natürlich sehr, sehr leid tut, aber was will ich machen? Achtung bitte! Die Proben für unseren letzten Film sind abgeschlossen. Ne, halt, stopp. Was mache ich denn hier schon wieder? Geh weg! Eine Durchsage. Ein Stunt für unsere neueste Produktion war ein Erfolg. Na siehste, endlich mal wieder ein paar Erfolge, die man hier feiern kann. Stunt-Man-Luder. So, wie sieht's denn hier aus? Haben wir doch jetzt schon den Profit gemacht. Sehen wir jetzt schon in der Profit-Zone. Das ist doch gut. So gehört sich das auch. Tja, ja, 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 ja. Aber ich hoffe, das hat jetzt keinen Einfluss weiter, dass das mit Lungen ist. Nicht, dass unsere Schauspieler nicht mehr schauspielern. So wie ich das verstanden hab, ist der ja jetzt auch Miss Lungen im Film zu sehen. Also sehen wir da jede Menge abgetrennte Köpfe und sowas. Davon geh ich jetzt zumindest mal aus. Wild West-Kutsche wird momentan gedreht. Ja, jetzt gehen bald wieder alle in Rente. Da hab ich keinen Bock drauf. Wow, dich doch selber. Ja, ich weiß. Ich hab nur grad keine Leute, die sich drum kümmern können. Bleib doch mal gechillt. Obwohl, nee, ich bräuchte als nächstes erst mal normale Sachen. Wie sieht's aus mit den Stunt-Mans? Sind noch welche verfügbar? Nee, aktuell nicht, schade. Werden noch bei anderen Filmen gebraucht. Na, wenigstens ist einer der Stunts hier jetzt nochmal gut gegangen. Ah, warte mal, da haben wir doch jetzt wieder Stunt-Mans zur Verfügung, hä? Also denke ich, das sieht doch hier, hier sind alle Stunts durch. Wir müssen jetzt gleich wieder Stunt-Mans zur Verfügung haben. Für unsere weiteren Filme. Du, Sammi, irgendwas? Guck mal, du kannst doch zum Beispiel hier reingehen. Achtung, bitte. Die Proben für unseren letzten Filmen sind abgeschlossen. Hier sind die Stunts abgeschlossen. Wird hier schon gedreht? Ich weiß es gar nicht. Schöne 6 wird gerade gedreht. Also da könnte der Stunt bald dran sein. Kommt schon, macht's fertig. Ich brauch den Stunt-Mans, Freunde. Und zwar ein bisschen plötzlich. Kommt ja wirklich Ewigkeiten. Wie sieht's denn hier aus? Ach, die haben doch gar nicht angefangen, die Luder. Eure Skana sagt 121,5. Euer Geist sagt, yeah. Ich höre den Dark. Ich liebe den Dark. Ja. Ich kann hören, wie euer Geist... Ja. Na. Jetzt wollen wir euch mal noch hier hinsetzen, dass ihr nochmal ein bisschen was schreibt. Ich weiß, dass wir da ein Stunt-Double brauchen. Bist du so blöd oder tust du noch so, du alte Schnürsenkel-Schnöpfe? Gib mich PR, sonst raste ich aus. Ich weiß. Trinkt mir nur nichts. Eine Vielzahl neuer Kostüme. Ah. Es ist ja ein Wahnsinn. Was ist jetzt hier mit der Dreherei? Wir müssen langsam mal fertig werden. Ah. Und Peter kann sich eigentlich besaufen, wenn er fertig ist, finde ich. Und von daher kommt er gefälligst her. Ruhestand ist jetzt nicht. Du nimmst hier deine letzten Szenen noch auf. Danach kannst du in Ruhestand gehen. Mensch, Peter. Streng dich doch einmal im Leben nochmal an, ja, Faulpelz. Szene 6 wird einfach nicht gedreht. Warum? Wir brauchen hier Rot. Cem Bolton und Matthew Orneal brauchen wir. Oder auch nicht. Ich weiß noch nicht, warum nicht gedreht wird. Detlef mit der Wumme ist am Set. Wir drehen jetzt Szene Dingensbums mit Cem Bolton. Cem Bolton ist da. Das Problem ist die hier, die wollen nicht anfangen mit Drehen. Und ich verstehe halt einfach nicht, warum, wenn ich ganz ehrlich sein soll. Ach, was willst du machen, hä? Was willst du machen? Es geht schon alles seinen Gang. Ja, ich glaube wirklich nicht, dass wir es bis 2000 überhaupt aushalten. Dafür habe ich einfach zu gemütlich gespielt. Sagen wir es mal so. Ich meine, bisher kann ich mich ja noch ganz gut halten, aber es kann jederzeit vorbei sein hier. Ich habe nämlich auch schon mal weitaus mehr Kohle und es lief alles allgemein schon mal weitaus besser. Was mir wirklich missfällt, ist, dass die hier nicht aufnehmen wollen. Und ich weiß nämlich einfach nicht, warum. Ach, guck mal, hier kommt er endlich. Wird ja auch mal Zeit. Oder auch nicht, der entnehm ich sonst wo hin. Ach, was weiß ich denn. Die werden schon wissen, was sie zu tun haben. Nein, du besäufst dich jetzt nicht. Bitteschön. Du wirst dich jetzt ganz sicher nicht besaufen. Dam, dam, da, ba, dam. Na gut, da würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle eine Pause, bevor es wieder hektisch wird. Beim nächsten Mal erleben wir dann die letzte Veröffentlichung von unserem Lord Peter. Danach wird er in Rente gehen. Mal gucken, wie es dann hier weitergeht. Ich glaube ja, also ich ganz persönlich glaube, wir schaffen es nicht bis 2000 durchzuhalten. Denn so langsam, ich weiß nicht, ich habe das irgendwie im Morgenurin, dass unser Niedergang bevorsteht. Mal schauen, wie lange unser Filmstudio sich noch hält. Ne, Freunde? Bis zum nächsten Mal jedenfalls. Macht's gut. Mal schauen, wie lange unser Filmstudio sich noch nicht besprochen hat.